In diesem Video geht es um die gezielte Reservierung von Speicher im RAM. Speicherplatz wird ja immer benötigt, um Informationen zu speichern, also zum Beispiel Zahlenwerte. Dabei ist es zunächst einmal egal, ob es sich um einzelne Variablen oder um Arrays, also Felder von Variablen handelt. Bei dem Programm, die ich bisher in dieser Videoreihe erstellt habe, war immer klar, wie viel Speicherplatz zur Abarbeitung der jeweiligen Algorithmen benötigt wird, weil im Programmcode eben die entsprechenden Variablen oder Arrays mit geeigneter Länge deklariert wurden. Häufig gibt es aber auch Problemstellungen, bei denen im Moment der Programmierung noch gar nicht klar ist, wie viel Speicher genau benötigt wird, weil das zum Beispiel von einer Benutzeringabe abhängt. Speicher zur Laufzeit des Programms anzufordern und zu verwalten ist wirklich einfach und dafür braucht man im Wesentlichen nur vier Funktionen aus der Standard Library, nämlich mAlloc oder cAlloc, um Speicher anzufordern, free, um angeforderten Speicher wieder freizugeben und re-airlog, um die Größe des zuvor angeforderten Speichers zu verändern. Wie man diese Funktion genau verwendet, zeige ich in diesem Video an einem einfachen Beispiel. Als Beispiel verwende ich hier einen Ringspeicher. Das ist ein Speicher mit einer festen Anzahl von Speicherplätzen. Wenn man also einen neuen Wert in den Speicher schreibt, fliegt dafür ein anderer Wert raus. Häufig werden solche Speicher genutzt, um Daten zwischenzuspeichern, also zum Beispiel die letzten 100 Messwerte einer Messreihe. Und bei solchen Anwendungen werden eben immer die ältesten Daten überschrieben. Das heißt, man kann sich das also so vorstellen, dass man die Daten zirkulierend in den Speicher schreibt, woraus dann auch der Name Ringspeicher abgeleitet wird. So, hier geht es aber jetzt weniger um die Anwendung von Ringspeichern, sondern der Speicher soll nur als Beispiel für dynamischen Speicher gebraucht werden. Nehmen wir dafür also an, dass der Benutzer vorgeben soll, welche Größe des Ringspeichers benötigt wird. In dem Beispiel hier geben wir eine maximale Länge von 255 vor, aber grundsätzlich könnte man auch größere Werte zulassen. Nur müsste man dann natürlich den Datentyp für die Länge anpassen, zum Beispiel in short oder int. So, im nächsten Schritt wollen wir dann ein Array vom Typ float mit der eingegebenen Länge erstellen. Dazu nutzen wir jetzt die Funktion mAlloc. Die Funktion mAlloc reserviert also so viel Speicher in Byte, wie er als Parameter übergeben wird. In diesem Beispiel hier werden also mit dem sizeOf-Operator der Speicherbedarf einer Float-Variablen ermittelt und dieser wird mit der Benutzereingabe in lang multipliziert. Nehmen wir zum Beispiel an, dass die Variable len den Wert 10 hat, dann bekommt die Funktion den Wert 4 mal 10 gleich 40 Byte übergeben. Die Funktion sucht dann im Speicher einen zusammenhängenden Bereich von 40 Byte, reserviert diesen und gibt den Pointer auf den Start dieses Speicherbereichs zurück. Da der Typ des Rückgabewerts ein Pointer auf den Datentyp Void ist, sollte dieser noch durch ein Typecast in das richtige Format konvertiert werden. Hier brauchen wir ja einen Pointer auf Float, was also durch diese Typkonvertierung erreicht wird. Es kann vorkommen, dass die Funktion mAlloc keinen zusammenhängenden Speicherbereich in der geforderten Größe reservieren kann, zum Beispiel weil der geforderte Speicher einfach zu groß oder der Speicher schon voll ist. In dem Fall würde die Funktion den Null-Pointer zurückliefern. Man kann dann also den Rückgabewert der Funktion mit Null vergleichen, um zu überprüfen, ob die Speicherallokierung auch tatsächlich funktioniert hat. Neben mAlloc gibt es noch eine zweite Funktion, mit der man Speicher zur Laufzeit allokieren kann, und das ist die Funktion cAlloc. Der Funktionsaufruf ist sehr ähnlich zu mAlloc mit dem Unterschied, dass hier die Anzahl der Elemente und die Größe eines Elements wieder in Byte als separate Parameter übergeben werden. Der zweite Unterschied zu mAlloc ist, dass cAlloc den reservierten Speicher gleich mit Null initialisiert. Bevor wir diese Ausgabe testen, füge ich an das Ende dieses Codes zunächst noch zwei Befehle an, mit denen der dynamisch allokierte Speicher wieder freigegeben wird. Was es genau mit diesen Befehlen auf sich hat, erkläre ich Ihnen im späteren Teil dieses Videos noch im Detail. So, nun können wir also die Ausgabe hier einmal testen. Auf der linken Seite stehen die Werte, die mit mAlloc, und rechts diejenigen, die mit cAlloc bereitgestellt wurden. Und hieran sieht man eben, dass mAlloc den Speicher erstmal unangetastet lässt, während cAlloc also den reservierten Speicher mit Null vorbelegt. Ein ganz wichtiger Aspekt bei der dynamischen Speicherbereitstellung ist, dass der bereitgestellte Speicher immer ein zusammenhängender Speicherbereich ist. Also genauso wie wir das von Arrays kennen. Das ermöglicht dann auch den Zugriff auf die einzelnen Speicherstellen mit den eckigen Klammern, eben genau wie bei Arrays, wie ich das jetzt hier nochmal für den Schreibenden und Lesenden Zugriff demonstriere. In dem oberen Teil hier wird der Speicher mit zufälligen Floatwerten gefüllt. In der zweiten Vorschleife gebe ich dann die Werte der Elemente, also maximal die ersten 10 Stück, aus. Und zudem stelle ich hier auch noch die Adressen der Speicherstellen dar. So, die Ausgabe in der Konsole zeigt also die Werte und die dazugehörigen Speicheradressen der einzelnen Variablen. Und hier sieht man, dass die einzelnen Adressen immer um den Wert von 4 Byte erhöht werden, was eben gerade dem Speicherbedarf einer Floatvariablen entspricht. Daraus folgt eben, dass der durch mAlloc oder cAlloc bereitgestellte Speicher zusammenhängend ist. Wenn man sich dynamisch, also zur Laufzeit des Programms, Speicher holt, dann ist man als Programmierer auch verantwortlich für die Verwaltung dieses Speichers. Und das schließt explizit auch die Freigabe des Speichers mit ein, wenn dieser eben nicht mehr gebraucht wird. Für die Freigabe gibt es die Funktion Free, die ich gerade schon einmal erwähnt habe. Um den Speicher wieder freizugeben, ruft man also Free auf mit dem Pointer, den man zuvor von der Funktion mAlloc oder eben cAlloc als Rückgabewert bekommen hat. Die Funktion Free gibt zwar den Speicherbereich, auf den der Pointer zeigt, wieder frei, aber der Pointer zeigt natürlich nach wie vor auf diesen Speicherbereich, wie man das an dieser Testausgabe jetzt hier erkennt. Hier gebe ich also den Wert von Ringbuffer vor und nach dem Funktionsaufruf von Free aus. Und wie man sieht, ist dieser Wert unverändert. Man hat hier also noch den Pointer auf den Speicher, der einem nach dem Funktionsaufruf von Free gar nicht mehr zur Verfügung steht. Würde man also trotzdem versuchen, auf den Speicher zuzugreifen, kann das schlimmstenfalls zu einem Programmabsturz führen. Um das zu vermeiden, sollte man selber dafür sorgen, dass dieser Zugriff auf diesen Speicherbereich quasi vergessen wird, indem man den Wert des Pointers mit Null überschreibt. So kann man dann also sicher sein, dass man nicht versehentlich doch noch einmal im Laufe des Programms auf diesen Speicherbereich zugreift, obwohl einem dieser ja gar nicht mehr zur Verfügung steht. Jetzt schauen wir uns noch an, wie man die Länge des Speichers zur Laufzeit verändern kann. Das macht man mit dem Befehl realloc, mit dem man also einen zuvor allokierten Speicher in der Größe verändern kann. In dem Beispiel hier will ich jetzt mal die Größe des Speichers verdoppeln. Zunächst speichere ich hier die alte Länge und verdopple dann den Wert von len. Anschließend wird hier die Funktion realloc aufgerufen, der man also als erstes den Pointer auf den Speicherbereich übergibt, den man verändern möchte, und zweitens die neue gewünschte Größe dieses Speicherbereichs in Byte. Genau wie bei mAlloc oder cAlloc ist der Typ des Rückgabewerts ein Pointer auf Void, der also entsprechend wieder durch einen Typecast umgewandelt werden sollte. Und den Pointer auf den veränderten Speicherbereich speichere ich dann zunächst in dieser Variablen Temp zwischen. So auch bei der Veränderung der Größe des Speichers kann es natürlich sein, dass es keinen zusammenhängenden Speicherbereich in der gewünschten Größe mehr gibt. Dann würde ein Null-Pointer zurückgeliefert werden und diesen Fehlerfall kann man dann wieder durch diese bedingte Anweisung hier abfangen. Wenn es aber keinen Fehler gegeben hat, weise ich dem ursprünglichen Pointer Ringbuffer den Wert von Temp zu. Auf den ersten Blick scheint die Verwendung einer temporären Variablen hier ein Umweg zu sein. Auf den Sinn und die Notwendigkeit dieses vermeintlichen Umwegs gehe ich gleich nochmal genauer ein. Zunächst einmal initialisieren wir jetzt aber den erweiterten Speicherbereich mit Null, denn das macht realloc nicht automatisch, also genauso wie malloc das auch nicht macht. So und anschließend gebe ich dann Wert und Adresse der Elemente des Speichers, wieder maximal die ersten 10 Stück, aus. In der Konsole sehen wir jetzt die Ausgabe und wenn wir hier die Speicheradressen vor und nach dem Aufruf von realloc vergleichen, dann stellen wir fest, dass diese unterschiedlich sind. Wenn realloc also den Speicherbereich nicht einfach auf die gewünschte Größe erweitern kann, wieder unter der Randbedingung, dass der Speicherbereich zusammenhängend sein soll, dann sucht diese Funktion eben im Speicher einen ganz anderen Bereich aus, in dem genug freier Speicher verfügbar ist und reserviert dann in diesem Bereich eben den neuen Speicher. Dafür werden dann also auch alle Werte aus dem alten in den neuen Speicherbereich kopiert, wie wir das jetzt hier sehen. So, jetzt kommen wir nochmal zu dem Fall, dass realloc keinen zusammenhängenden Speicherbereich findet und der Speicher also nicht wie gewünscht in der Größe verändert werden kann. realloc würde dann einen Nullpointer zurückliefern, um dies anzuzeigen, aber der ursprünglich schon bestehende Speicherbereich, auf dem der Pointer RingBuffer hier zeigt, würde natürlich nicht verändert werden. So, würde man jetzt also nicht diesen Umweg hier gehen über das Zwischenspeichern der Adresse in der Variablen temp, sondern stattdessen den Rückgabewert von realloc direkt wieder dem Pointer RingBuffer zuweisen, wie man das übrigens gelegentlich auch sieht, dann würde der Zugriff auf den bestehenden Speicher, nämlich über die Variable RingBuffer, mit dem Nullpointer überschrieben werden. Hier wäre dann also nicht nur die Veränderung der Speichergröße fehlgeschlagen, was ja passieren kann, was man aber auch abfangen und entsprechend behandeln kann, sondern man hätte auch noch den Zugriff auf den bestehenden Speicher verloren. Daran sieht man also, dass die Verwendung dieser Variablen temp hier eben kein Umweg ist, sondern dass dies für einen fehlerfreien Programmablauf sehr wichtig ist. So, mit realloc kann man übrigens Speicher nicht nur vergrößern, sondern man könnte auch überschüssigen Speicherbereich wieder abgeben und den Speicher verkleinern. In dem Beispiel verändere ich jetzt den Code so, dass der zuvor allokierte Speicherbereich halbiert wird. In der Ausgabe sehen wir nun, dass realloc den Speicherbereich nicht nur beim Vergrößern, sondern eben auch beim Verkleinern neu zuweisen kann, weil sich hier die Adressen eben wieder verändert haben. Bevor ich zum Ende komme, will ich noch eine wichtige Sache zur Verwendung von realloc erwähnen. realloc kann nämlich nur auf Speicherbereiche angewendet werden, die zuvor mit malloc, calloc oder eben realloc selber bereitgestellt wurden. Es ist aber nicht möglich, im Programmcode deklarierte Arrays in der Größe zu verändern. Hier würde schon der Funktionsaufruf von realloc mit dem Parameter eArray zu einem Fehler führen. realloc reserviert nämlich einen neuen Speicherbereich, kopiert die Werte aus eArray in diesen neuen Speicher und würde den Pointer auf den neuen Speicherbereich zurückgeben. Zudem würde aber realloc auch versuchen, den alten Speicherbereich, hier also den Speicher von eArray, wieder freizugeben, was aber nicht möglich ist. Um den Grund, warum das nicht funktioniert, genau erklären zu können, müsste man hier eigentlich tiefer in die Verwaltung von Speicher einsteigen, was aber nicht der Sinn dieses Videos ist. Vereinfacht kann man sich das so vorstellen, dass der Speicher, in dem die Variablen aus unserem Programm liegen, in zwei Bereiche aufgeteilt ist. Der eine Teil heißt stack und da liegen alle Variablen, die wir fest im Programmcode deklarieren. Also zum Beispiel das Array eArray, der Pointer auf int und so weiter. Der zweite Teil heißt heap und das ist der dynamische Speicherbereich, auf den die Funktionen malloc, calloc, free und realloc zugreifen. Und weil diese Funktionen eben nur auf den heap und nicht auf den stack zugreifen können, führen solche Funktionsaufrufe, wie hier oben dargestellt, eben zu einem Fehler.